nicht auf den, nicht auf den, ne, einfach drauf so warte, wir haben noch Node zum Taggen, der kann ruhig hier bleiben ja, und hit and run Können die die Leiter noch klettern, ne, ne ich glaube nicht, ich glaube die sind zu groß dafür gehen wir hier aber in Overwatch du auch, du auch, du auch, du willst du auch das war der Medic, ne ach so, äh, ich sollte auch noch den Umweg vorschicken für, für stabilisieren, ne das, das habe ich verdrängt was war das gerade gute Animation wo ist das Rookie äh, es war ein armer Rookie so Medic muss zudem unsere Souls stehen nicht gerade perfekt ne, ganz und gar nicht, ähm na gut, check ihn auf das Beste ja, hit and run gleich nochmal drauf nice dich da runter in der Hoffnung, dass du auch drauf schießen kannst jo, sehr gut 60% ist jetzt nicht die Welt aber es reicht okay, du musst dein und dann kriegst du erstmal nach und dann Command auf ihn zum Aufheben okay das wäre auch schon mal abgewendet sehr gut so, der Mariachi lauf bitte weg und lass dich nächstes Rund nicht hier irgendwie heilen nicht den Medic fressen nicht den Medic fressen ich weiß, Medics sind lecker aber nicht den Medic fressen okay, gut sehr gut okay, das sind jetzt die Luftanheiten da können Dispile sein Floater, Heavy Floater Drohnen und das war's glaube ich so, das waren jetzt zwei Discs eine Drohne ja, zwei Discs, zwei Drohnen war das kein Problem drei Discs wird schon schwieriger muss man auch kein Flächenschaden haben das ist ein Heavy Floater Anführer bei den HP nee das 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 ist ein Heavy Floater Anführer das sind alles sehr starke Heavy Floater ja ähm wenigstens ist keiner der ich ich kommst du da ja ziehen wir uns mal von dieser massiven Frontanheiten zurück heil erstmal dich selber du bist näher dran als er da nach ihnen und ein gutes Gefühl bei den ganzen Floater wegen Flankieren und dergleichen und dergleichen ja so dann kannst du vorumlaufend hier ist so eine schöne Schaden zu machen wenn sie nicht herankommen du gehst in Overwatch weil die kommen entweder da durch oder da ich würde ganz gerne weiter nach oben für Höhenbonus ich hoffe mal wir können hier rüber schießen über die gesamte Länge das sollte eigentlich okay sein so jetzt kommen okay sie schicken die arme Drohne vor das war die arme Drohne Nummer 1 ja und jetzt kommen die wichtigen Einheiten die 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 wie tun können die die wie tun können £ was machst du da? Oh nö. Rookie Tod und Deckung für unser Medic weg. Das heißt, ja. Oh, das war das Schlimmste, was ich hätte machen können mit dem ersten Move. Also von den wichtigen Einheiten. Bitte daneben, bitte, bitte. Einfach nur was. Zweiter Rocky Tod, Medic steht noch. Was für echt ein Wunder, wenn er überlebt. Wir wollen jetzt nicht alle... Oh, er lebt noch, okay. Ist gut. Gut. Absolut nicht. Gut, ähm. Keine aus dem Ohr, Watch. McColl, Bein in die Hand. Heil dich einmal. Was du was für ein Glück gehabt. Heil dich zweimal. Okay, wir haben kein Flächenschaden. Also wir versuchen jetzt die Floater zu erwischen. Ja, Ratte, genau. Will do. Ich bin jetzt da getaggt. Oh, fuck. Ich bin jetzt da getaggt. Oh, fuck. Ist nicht gut bei den Floatern. Doch lieber einen von euch. Seid wenigstens nur ganz normal, ne? Ja. Das wäre noch schlimmer, wenn wir noch irgendwelche extra Perks hätten. Okay, versuch's. Vielleicht kannst du ja... Ein von den Killen. Nice. Okay. Deswegen soll der jetzt ja auch explodieren und Flächenschaden haben. Ja. Nö, nicht genug. Okay. Aber ist einer weniger, der böse Dinge tun könnte. 87% mal 2. Nein, nein, nein. Hier. Okay. Ein Schuss. Dann haben wir wieder einen Floater weniger. Wir haben nur noch dich. Ja, nee. So war das nicht geplant. Dann mach das. Oh, auch gut. Unerwartet aber auch gut. Eigentlich hätte ich einfach irgendwo eine andere einzelne Einheit über, die keine Sold ist. Um den angeschlagenen Floater zu kennen. So, Overwatch oben. Nicole schon wieder. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Rookies. Ich will keine Rookies Central. Da ist mein Scout. Da ist mein Scout. So, du musst mal kurz vorrücken, um den Overwatch da oben auszulösen. Hä? Oder auch nicht. Ähm. Ja. Da müssen die Rookies vorrücken oder und dann... ...was weiß man? Man muss ja auch nicht. Ähm. Warte, kann ich hier vielleicht noch... ...vorschr-schr-eddern? Das ist keine Moni mehr. Jetzt, ne? Geh bitte hoch und heil dich abermal selbst. Ja, warum blinkst du so komisch? Du gehst lieber auf den da unten. Ja. Ja. Go, go, rookie. Go, go, rookie. Nee. Ich hab noch El Mariachi. Sieht nur den da hinten. Und dich. Ja, dann run and gun jetzt mal zurück nach da. Mach einen Schuss, wo dein Magazin leer ist. Okay. So, dann... Ein Schuss mit einem Laser-Karbein. So gut wie nix macht und den zu brechen. Jo. Was ist von hinten? Ja. Was war das? Kruselide. Das andere wahrscheinlich dann auch. Sektoide. Okay, zwei Kruseliden. Und zwei Sektoiden. Unser Scout-Image-Scout löst bitte jetzt mal die Disc aus. Nö. Ja, eindeutig Dreck. Das... 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 Das hätte echt nicht sein müssen. Ich hätte wissen sollen, dass er da wieder rüber schießen kann. Und der Kruselid hier ist gefährlich nah dran, oder? Ja, für dich nicht, aber McColle könnte gefressen werden. Das heißt McColle muss da weg. Double-Tab ihn weg. Oh. Okay, McColle weg. Dich einmal heilen und dann mit dem Eingeschuss in Overwatch gehen für den Kruseliden, der gleich kommt. Ja. Komm mal runter. Ah, das ist an der Ebene. Du hast Sentinel? Oder hat er sich vorher nicht geschossen? Hm. Dachte schon. Ja. 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 Was machst du da? Ja. Das war für Wirr der Kruseliden um eins. Doppelschuss auf dich. Das kann schon mal reichen. Ja. 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 und leiden reflexes das war sehr knapp für rucki nummer vier und nach dem fünften schuss auch mal ein treffer bei reflexes das ist okay leiden reflexe so überpowert die grüße sind ja ein wenig komisch fertig regeneration durch und ja es bieten rucki oder kann ruhig weiter bieten